Wieder eine Frage, wo es um Kälte geht. Frieren Bienen im Winter? Bienen sind ja ein Bienenstock, darum heissen sie ja Bienen. Und Bienen sind erstaunliche Insekten, die sich auf verschiedene Wetterbedingungen anpassen können. Im Winter bilden Bienenkonnollien eine sogenannte Wintertraube, um die Kälte zu überleben. Die Bienen sammeln sich eng zusammen und bilden eine Wärmequelle, indem sie ihre Flugmuskeln zittern lassen. Die Bienentraube besteht aus der Königin, den Arbeiterinnen und manchmal einigen Drohnen. Drohnen sind glaube ich die männlichen, oder? Die Bienen bewegen sich innerhalb der Traube, sie wechseln auch regelmässig ihre Position, damit die Nahrungsressourcen sind ja dann knapp. Da muss halt auch der Imker mal ein wenig nachschauen, was passiert. Bienen frieren also nicht im Winter. Sie können aber verfrüeren, wenn es dann wirklich sehr zu kalt wird. Dann hätten wir auch diese Frage eigentlich beantwortet. Suche ich meinen Stempfel. Wo ist mein Stempfel?